Hinter uns liegen vier ereignisreiche Wochen im Zusammenhang mit Integration, Demokratie und einem interkulturellen Dialog. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Kooperationspartner und Unterstützer der interkulturellen Wochen hier in Neuwied. Insgesamt 24 Veranstaltungen gemeinsam mit den Kooperationspartnern auf die Beine gestellt, von Sport über Dialogforen. Es wurde gemeinsam gekocht. Wir haben im Rahmen vom Clean Up Day gemeinsame Reinigungsaktionen durchgeführt und Big House hat eine Veranstaltung stattgefunden mit Kindern und Jugendlichen, mit den Schulen zum Thema Demokratie, Vielfalt und Toleranz. Ein grandioser Abschluss der interkulturellen Wochen fand am vergangenen Samstag in der VHS statt. Mit dem Cartoon Kabarett Integration à la IKEA haben die interkulturellen Wochen einen tollen Abschluss gefunden. Es war ein ausverkauftes Haus, eine tolle Veranstaltung. Die Markttage liegen hinter uns und an diesem Wochenende am Freitag um 14 Uhr startet die Neuwieder Weinzeit. Freitags 14 Uhr und samstags ab 13 Uhr an zwei Wochenenden im Oktober und einem Wochenende im November. Eine Kooperation zwischen der Stadt Neuwied und den Deichstadtfreunden. Ich freue mich auf das Wochenende und die Weinzeit in Neuwied. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! 스프� зап BAG Auf wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.